So, heute gibt es wieder einen neuen Soundcheck. Und scheinbar geht meine Kamera vom Handy wieder. Deswegen nehme ich mein Handy auf. Vor allem, so kann ich mit 60fps in 4K aufnehmen. Das ist, denke ich, besser für uns alle. Und heute seht ihr mal, wie alles mit schöner Beleuchtung aussieht. Klar, draußen ist es noch hell. Da oben haben wir so eine Kugel, die hier das Muster an die Wand wirft. Und auch ein Laser. Außen schön LEDs. Unterm Tisch natürlich auch LEDs, darf nicht fehlen. Und hier ist der Laser. Das sieht man natürlich halt besser, wenn es dunkel ist. Da oben noch eine schöne LED-Kugel. Die aufgeschmeidig ihre Farben ändert. Und jetzt gönnt euch ein bisschen den Sound.